kein dunst warum digga was war das ich habe mich vercheckt bisschen links der recht ich auto weil diese vögel finde ich gar nicht geil das sind die schlimmsten mobs im spiel das sind die schlimmsten ob diese vögel sind die größten das ist ein vogel talismänner was ist denn die mehrzahl von talismann talismann talismänner oder nicht es ist schon 14.52 nein ist eine gnade wo ist das loch ich finde das loch nicht wo ist das loch ich will ins loch nicht in das in welches oh mein gott ja ich habe sogar das gift drauf ein hp und bitte mach einfach den jump okay ich schaffe es nicht ich bin so schlecht ich schaffe es nicht warum springt er nicht eine ja ich werde da jetzt reingehen und die alte ficken wenn ich es nicht schaffe gehe ich da rein und werde die alte ficken und wenn die dich dann möchte reingehen und die alte ficken ok jungs und mädels da sind wir direkt wieder drinnen und ins einkaufskorb also immer also das ist ins hurensohn ja die falsch ins huren ends weil sohn ist man weiß ich mein da darf auch nicht machen es ist glaube ich ins huren ends nee warte mal hure ist doch auch weiblich wäre es dann nicht ins ins nens du schiffen aber ganz ausschlappen du schiffen... einig zum Beispiel der mal der wahrlichen soe Oh, Lord. Bitte. Junge, ja! 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 Gefühl? Ja, ich hab das Gefühl, Elden Ring ist so das WoW der neuen Zeit. Die Leute, die so überzeugt sind von Elden Ring, darin seh ich mein altes Ich, wo ich das erste Mal WoW gespielt habe. Was da alles für ein Episch war und geisteskrank war. Bro, das machen, das sehen, das gucken, es reißt mich mit. Ja? Und das reißt mich so sehr mit, dass ich mich onstream von Marlenia so prügeln lasse, dass ich nach dem Stream weine. Oh, mein Gott. Jungs und Mädels, Elden Ring ist das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Elden Ring ist das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe und es kommt fast schon an meine Liebe zu WoW ran. Kein Scheiß. Bro, ich bin in diesem Albtraum gefangen, mir Videos anzugucken, mir vorzustellen, was in dem Spiel abgeht. Bro, Elden Ring ist für mich einer der heftigsten Games, die es jemals gegeben hat. So sounds. So, ich bin in den Spiel ist es ge57, die es sicher hätte und ich bin in dem Spiel, ich bin in dem Spiel, wie ich mich nicht ich bin in der Regel. Ich bin in der Liste,